Oder legt ihr erst um? Da. Da oben. Ja, ich hab's schon gesehen. Ey, Zaubermusik unbedingt noch mehr machen. Die Zauberfetzen jetzt eigentlich. Wenn du wisst, wie die du benutzen musst. Ganz ruhig jetzt, ganz, ganz ruhig. Bleib mal ein bisschen aufpassen. Warte mal, komm mal hier hoch. Müssen wir auch so, ja, aber. Tatsache, da sind Postsphäre. Da fehlt ihnen, ne? Da fehlt die, wo die Gesicht immer verbunden ist. Ey, wir werden mal das jetzt verkacken. Oh, was hast du jetzt da? Mal nimm erstmal. Warte mal, geh mal eben mal ran da. Dechsel mal. Jetzt gehen wir nochmal ran. Ne, dann nämlich. Die ist bloß schneller. Mit Schwert. Nein. Also war schwächer. Ich will lieber starke Waffen haben. Ob da so ein ultimatives Schwert gibt? Keine Ahnung. Hoffe ich mal nicht, weil das ist ein ganz cool Buch bei Monster Hunter. Dass es nicht die optimale Waffe gibt. Ja. Ah, die sollen wir es auch mal schaffen durchzuspielen, wenn das für Wii U rauskommt. Ja. Puh. Naja, die Online-Nagent wird schwer, alter. Hast du dir mal den letzten schon angekickt gehabt? Ja, ja, da sieht man gar nichts. Nur Fuß, ne? Naja, man sieht es schon ein bisschen weit vom Kopf, aber heftig. Meine Fresse, ist das für Viecher, ey. Das erinnert mich an Terraria. Ja. Da hast du auch so eine Schleimviecher, dann spielst du es ja nicht. Aber das wird das nächste Level, also wenn wir jetzt... Ja, ja, in der Höhle. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir den nochmal machen. Die ist nochmal kurz in Aufnahmepause und dann geht doch alles, ja. Kannst du die auch vergiften, ja? Natürlich, ich kann alles vergiften hier. Tot. Tot. Achso, hier sind wir ja keiner mehr. Soll ich dir mal ein bisschen helfen hier? Oh Gott. Ich scheiße, erstmal hin. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das sterben wir gleich. Pass auf. Sie geht schon. Ja, nee, du kannst verhessen. Jetzt mach doch mal. Aber warum belebe ich dich mal so wenig wieder? Sag ich jetzt mal. Ja, nein. Feuer. Da hinten, voll daneben. Ich bleib'n, das tanzen, bisschen. Scheiß drauf. Da hinten, aber auch nicht weg. Nee. Beziehungsweise machen Blocken. Das die mal vielleicht was fallen lassen, ne? Für Energie oder so ein Scheiß. Ach, was da raus da mehr? Ey, jetzt hau ab da. Aber ich hab keine Bock, dich wieder zu überleben. Sag mal, kommt eigentlich ins Spiel? Ich kette's gerade in Stellen nehmen, ne? Nee. Ich fasse mal so zu. Könnte jetzt noch mal nicht... Nein! Nein, 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 nein. Du hast einen Level ab, und du bist sehr geil geworden. Sehr gut, ich kappe ja meine KP. Alter, verpiss dich von meinem Kumpel hier. Okay, Kumpel war gelogen. Ich kaste dich ja eigentlich insgeheim, da bläst du ja wohl keiner. Ja, nein, ey, nein, was soll denn das? Mann, warum ist mir kein Gold? Das ist ein Fledermaus. Oh, cool, das ist meine. Das zieht bestimmt Energie ab. Mich jetzt? Nee, ja, nein. Achso, ja, du kanntest. Jawoll, danke schön, danke, danke, danke. Ich hätte dich nicht beleben sollen, ich hätte dich nicht beleben sollen. Ah, verdammt, ich hab wen ja. Ich hab mehr Gold. Ich hab mehr Erfahrungspunkte. Bringt mehr. Erfahrungspunkte sind mir wichtiger. Gehen wir mal immer dann kurz zurück und dann gucken, ob ich das jetzt gekriegt habe. Okay, das hat gesagt, was ich jetzt aufrüsten will. Stärke würdest du aufrüsten. Ja, immer stärker und danach mag ich ja Magie. Mach Magie. Ach, das reicht noch, ja, ne bei dir. Alter, wieder zwei Wege. Äh, achso, ich wollte gerade sagen, wo sind wir jetzt? Ne, warte mal, ich wollte mal kurz durch die vier, warte mal. Ah, guck mal, kannst X drücken und dann bist du hier hinten gleich. Ja. Coole Sache. Was wollten wir jetzt machen? Achso, die Waffe? Tier. Tier, die Waffe willst du ja behalten, ne? Ja, die behalte ich. Ja, weg. Kaut, was? Kaut. Kaut, Köpfe der Feinde. Hm, ist das gut? Keine Ahnung. Das Ding ist eigentlich ganz gut, aber... Ja. Warte mal. Wir haben noch zwei davon gehabt, sind jetzt zwei hier da? Boah, ist das jetzt halt bloß, weil wir das jetzt hatten, sag jetzt mal. Ne, wir sind schon, weil wir das jetzt hatten. Ja. Scheiße. Hey, überholt mich hier nicht. Hm, 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 schon vollen Ohrwurm. Aber das Spiel fährt total, ne? Ja. Aber schon alt, ne? Halt. Ja, das ist schon alt. Ach, das ist alt. Na ja, doch, 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 doch. Also, ich glaube, wie lange habe ich die Xbox? Die hat schon ewig. Die hat auch unten in die Container den drin. Industrie-Schloss? Alter, was ist denn hier los? Oh. Was? Ist da? Irgendwas über der Tür stand da, warte mal. Muss, muss, muss. Irgendwas mit. Muskulös. Du bist nicht muskulös genug. Also musst du bestimmte Stärke haben. Ja. Warte mal. 50.000, nee, doch, nee. Dachte, dass da vielleicht einen Wert steht oder so, wirst du? Dass das mal so interessant wäre. Oh. Ist ja ja Wahani. Oh Gott. Da kommt schon eine Riesenbiene als ein Gegner. Meinst du? Nein, nein. Jawoll. Hä? Hä? Der König, oh, ey. Äh, komm mal her, noch ein Stück. Alles klar. Ja, das ist richtig deine Mannenbeine. Ich hab den König und so. Oh, decke. Hat der auch cool gemacht, ne? Ja. Eigentlich müsste der König ja voran nehmen. Wobei, kannst du jetzt ja nichts machen. Machen die ja eigentlich alles, ne? Danke, das ist keine Erfahrung, danke. Stimmt. Du müsstest mal ein Level aufsteigen, ne? Oh, Imker oder was? Ja. Nee, Samurai. Samurai. Samurai-Imker. Ich hab den Spielwerke fast nochmal alleine gespüren. Das ist fast. Machen wir jetzt nicht. Denk mal, ich würde schon schwerer sein, jetzt so. Aber sie davon hätten wir die Waffen dann, glaube ich. Oh, zwei Euro. Mach dir mal mein Gold an, Alter. Wir werden uns mal noch ein paar Bomben holen, jetzt so. Ach du Scheiße. Prüm. Ja, dann mach mal. Ach so, ne. Das ist doch ein geiles Spiel. Ja, ne? Also, das ist total cool. Jetzt nochmal an die Laserschwerter. Ja. Das ist ja Hammer. Trottel. Ich bin nicht da oben. Bam. Ich werde erstmal kurz tot machen. Okay, jetzt hab ich wieder gelebt. Ey. Warte, bitte. Sag mal, der Computer, der macht schon ein bisschen... Ah, hätte ich mal jetzt nicht. Was? Hätte ich mal jetzt lieber ihn genommen. Ach so. Ja, sorry. Ist real. Siehste, das ist real. Bam, 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 bam. Was hat denn jetzt hier gerade vibriert? Das ist nicht. Ach so. Meine Attacke. Warte, das wäre doch so ein Kandidat für 3DS-Ware, sag ich jetzt mal. Nee, dafür ist es zu groß. Findest du? Ja. Richtig. Na gut, aber richtig viel ist total teuer, ne? Ich glaube, wo ist ein Indie-Game eigentlich? Ja. Nee, so wie Angry Birds, Alter. Angry Birds ist richtig schwierig, was springt. Ja, das ist bescheuert. Ja, ja, ja. Der normale Typ hat ein, äh... Smartphone. Was? Smartphone. Nee, alleine schon ein Android-Handy. Ja. Der normale. Ja, das ist ja. Und das ist ja mal da kostenlos. Ja. Oder halt für wenig Geld im App-Store von Apple. Was, muss ein paar Cent, ne? Wissen wir gar nicht. Ich glaube nur 70 Cent oder so. Trotzdem ist das für Android kostenlos. Ja. Ich meine, wer ein iPhone hat, wird auch die... Ja, aber die meisten Handys sind heutzutage Android. Ja. Das ist ja nämlich so von der Statistik her. Die sagen alle, ja, das meistverkaufseste Ding ist das iPhone. Ja, ist ja klar. Aber wer sich ein Android-Ding holt, der hat ja die Auswahl. Ja. Das rechnen die nie mit in. Also Android-Ding ist ab und mehr verbreitet. Ja, hat fast jedes Handy. Jeder Smartphone, ne? So ziemlich, ja. Ich hab da Windows-Phones. Ja, die Windows-Phones gibt's auch immer. Äh, kann man ja nicht einsammeln, ja, was? Nee. Doch. Ach, ich soll's kaputt haben. Loll, ich bin tot. Na weit. Na weit. Na weit. Ey, der hängt dann schon weit aus, ne? Mhm. Gut. Ups, woher? Geh mal noch. Okay, ich soll's essen hier, ja. Du musst erst runterhauen und dann... Jam, 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 jam. Scheiß du hier, ey. Okay. Okay, man, die können doch auch ne Bombe werfen, warum können wir das nicht? Naja. Unser Kameraden. Stimmt. Mein Gott. Fallen ja schon weit aus, ne? Ja. Da sind sie auch hier, die Retter. Ja. Nutz nochmal mehr deine Zauber. Ich hab keine. Ich hab das Ding scheiße. Das war cool. Machst du so, zack, und dann ist er gut. Ich mein, dass er vergiftet macht natürlich mehr Spaß. Ja. Ne Tropfen, aber jetzt. Kannst du mich treffen, ne? Ne, ne. Ich geh bloß in die Arena. Stimmt, dann mach ich dir eh dann fertig. Weil du dir ja alle Agilität aufwerten musst. Ein bisschen schneller zu sein. Jawoll. Gibt sich das wohl. Dann kann ich wieder ein bisschen Magie aufrüsten, was? Frage jetzt, ob ich Magie mache. Ein bisschen Stärke wäre auch nicht schlecht. Aber ein bisschen Verteidigung. Verteidigung wäre mal nicht schlecht. Ah, glaube ich auch. Ich nehme Verteidigung jetzt mal wieder. Ich nehme jetzt eben noch Magie, dass ich ne neue Dings habe. Ja, und dann ist Verteidigung. Oh, die zweite. Die, die Ritter. Alter. Ey, jetzt bleib doch mal stehen. Ja, Agilität, Daniel. Ach, du Scheiße. Daneben? Nicht daneben. Alter. Nein, dann mach ich den so fertig halt. Hier, gib mal. Zack, ihr trocken. Ah, da hält. Guck mal, der hält da ja kaum was aus hier. Zack und bam. Ach so, du hattest. Ja. Nicht zu sehen. Ach ja, hau ab. Wichser. Kipp mal. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, das ist ja nicht ja wild hier. Wird wilder, wenn du den hier sehen würdest. Ja. Wo hat man denn jetzt Hauber schon vor? Das Problem ist, wenn die liegen. Alter. Nee, geht jetzt hier nicht. Das geht jetzt hier grad nicht. Ich muss mir hier mit dem Ziftlord ein Duellmeister. Nein. Hätte ich mal gemacht. Äh. Aua, zwei Punkte bloß? Was ist das denn? Was auf zwei? Einen Magie und dann Einen Verteidigung, aber? Nein, so war es da. Ja. Guck mal, da ist ein Lahn. Ja. Boah, was? Ach, die sind ja gestorben. Ah. Vor allem, die jetzt nicht um die Küche wollen, die will die heiraten. Ich weiß nicht, weil die ein Braut steht. Die werden ja schon über den Wunnen. Hat ja doch ein bisschen das Story-Duellspiel, was? Ja. So indirekt. Ach ja, schön an der Bombe hergerufen. Oh, das ist eigentlich ein Braut. Einen Zauber ähneln sie alle nicht. Ja, so ziemlich. Achso, hast du deine jetzt gemacht, ne? Ja. An sich sind sie die gleichen, nur die Effekte müssen anders sein. Ja. Schöne Cloud. Ist das los, oder? Ne, noch nicht. Achso, ich hab schon wieder auf Rot geguckt. Mensch jetzt, Kinder. Ja, der Zauber zieht 13 ab und du machst mit Innschlag schon 12. Also. Ich bringe Stärke jetzt bei mir oder was? Hm. Ja, Stärke bringt schon ordentlich was, wenn du dann richtig rund powerst. Was sieht denn der Zauber bei mir denn ab? 13. Ja, wir sind auf der gleichen Stufe vom Zauber her. Ja. Du hast ein bisschen mehr Verteidung als ich, oder? Ne. Nicht? Abilität. Ja. Ja, ich glaub, das ist gut. Ich glaub, das ist gut. Der hat mir schon einen Knall. Der dunkle Lord. Und das schwarze Mädchen. Ja. Na, was für'n Zufall. Ja, die schwarze kann ich bleiben, ne? Na, das ist meine. Das ist deine, Puppe, ja. Jetzt machen wir dann mit diesem B jetzt so den Zauber B auf den Ruf. Ja. Schön in der Mitte stellen und dann den Ruf gefeuert. Nein. Hölle, ich bin tot. Der war grad Duty gewesen. Schön aus den knockt und dann... Ach, Fichser. Ich bin fast tot hier. Warte mal, soll ich mich den... Kann ich mich mal kurz sterben lassen, oder? Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht. Ey, obwohl es scheiße geht. Das ist ja nicht mal, hä? Das ist ne scheiß Idee. Also aufpassen, hahaha. Mach den Zaubershow bereit, komm gleich. Boah. Troppel. Das Problem ist, wenn die liegen, dann kriegst du ja nicht mal die Troppeln. Ich hab einfach noch mal in der Ecke stehen, Alter. Okay. Der war ganz schlau. Aber der wird schon ein bisschen... Alessi waren. Naja, das nicht, aber der zählt nicht mehr so. Ah, kacke. Ich bin tot. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ich ritter dich. Trauber. Alter. Alter. Oh, ja. Jawoll. Jawoll. Jetzt wird aber jeden Schlag schon weg, oder was? Ja, kann sein. Alter, warte ich deine ab. Natürlich, der Boden, der bleibt auch voll stabil, ne? Ja. Da haben die Bauarbeiter, gibt die Arbeit, oder ist das? Ja. Ist halt, ne? Mittler, Alter, ne? Da haben wir auch noch alle Qualität. Ist kein Push, ne? Die Bogen stehen heute noch. Ja. Wichser. Der denkt, er kann mich überraschen. Ja, aber doch nicht so viel Schwarz, aber ja. Ja, toll. Jetzt habe ich einen... Sauber. Komm, beh... Oh, oh. Nein. Oh. Oh. Ich warte ja nicht. Oh, toll. Ja, toll. Auch, Mann. Mit Aufzug. Mit Aufzug? Ja, ja, geil. Ja. 3-6 für Top-0. Machen wir mal 3-3 in Forderung stellen. Den haben wir noch. Und auch tot. So, das macht den Schwarzschutz nehmen wir für die Typen richtig gut. Das nehme ich dir doch immer wieder mit, weil es mir sonst zu nervig ist. Aber sieen davon spart er Munition. Aber wir sind davon Sparte Munition. So.